Wenn das Publikum manchmal wüsste, was einem so beim Vortrag durch den Kopf geht, also nicht nur durch der Text, das ist ja alles Mögliche, und nicht nur der Sängerin geht so allerlei durch den Kopf, auch den Pianisten, nicht wahr, Rainer? Sie sollten es eigentlich nie erfahren, aber wir erzählen es Ihnen mal. Bitte schön. Untertitelung im Auftrag des ZDF, So was kommt eben nicht an, verstehen sie den Text nicht, ist nicht lustig. Ich glaube, du hast gleich gesagt, dass die das Lied nicht machen sollen. Jetzt gähnt er da hinten, denkt er, ich seh das nicht. Hab ich mich rasiert? Parole, 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 Diese falsche Pathos. Parole, 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 Ich kann's nicht mehr sehen. Parole, 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 encore des paroles, Que dit ces mots vaut. Oh, wie geht denn der Anfang von der zweiten Strophe? Hilfe! Oh, sing ich einfach der erste nochmal. Jetzt singt er die erste Strophe nochmal. Merkt eh niemand. Hab ich eigentlich das Bügeleisen rausgezogen? Ich muss ja die Woche noch zum TÜV. Ich muss ja die Woche noch zum TÜV. Ich bin ja die Woche noch zum TÜV. Ich bin ja die Woche noch zum TÜV. Ich bin ja die Woche noch zum TÜV. Parole, Parole, Parole. Parole, Parole, Parole. Er ist aber auch schwer. Parole, 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 Parole. Parole, un peu de parole. Qui dit ces moments. Und noch mal. Parole, Parole, Parole. Das ist wirklich keine Idee. Parole, Parole, Parole. Ich krieg dir einfach Hunger. Parole, Parole, Parole. Oh, jetzt sind wir. Parole, 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 Parole. Qui dit ces moments. Geschafft. Dieser Slip. Das wird schnell gesungen.